hallo meine süßen und hallo herzlich willkommen zu einem weiteren beauty tip von mir heute spielen wir beauty star wars on the kosmetik laden ja und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen folgen von star wars battle on the front heute machen wir wie gesagt mal hier so ein kosmetik kram nein natürlich nicht wir spielen immer noch ganz normal dieses spiel und ich wollte jetzt auch keine berühmten youtuberin nachmachen also ich bleibe immer noch bei brio yo yo und stattdessen nicht hallo meine süßen das hört sich immer oder latscht er mir vor die flinte orbital ach nö noch einer kommen das wird ganz ganz das war klar dass man ja okay ich bin bereit ich bin bereit helden ob ihr kälten ob ihr kälten ob ihr kälten objekt da ist einer aber wir haben keine und ja sehr schön wohl immer wieder luk die lütti die tüte die kürzischen die kürzische die kürzische die kürzische jetzt rücken wir mal vor den skywalker sind wir jetzt Wo denn? Ich sehe keine Truppen. Muss ich zugeben. Oh, hier. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. So, und ich bin jetzt mal wieder hungrig, mit dem Heldenobjekt hier was zu reißen. Ja. Er war down. Er ist down gegangen. Ich warte nur, bis ich mach Schub. Hier auflädt, damit ich es wieder verwenden kann. Jetzt ist es wieder verfügbar. Ja. Okay. Ich geh mal wieder hier hin. Ja. Weg, 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 weg. Weg. Keine Scheiße. Ich glaub, das war Boba Fett. Ja. Es hat sich so angehört, wie Boba Fett. Ja. Auch er hat keine Chance. Gegen mich. Du wohnst da, ihn hat mich. Iploader? Ja, er muss weg sein, ja. Rakete ist weg. Das ist jetzt ein bisschen riskanter. Mann, der ist weg. Das kann nicht sein. Blick. Ja. Oh, von hinten, natürlich. Oh, 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 oh. Jetzt muss hier jemand sein. Schuttschild ist natürlich weg. Aber der AT-AT, der ist zu langsam, um uns zu treffen. Noch. Noch. Man weiß nicht, was noch passiert. Wohin ist im Anflug. Wir haben immer noch über die Hälfte der Punkte. Anflug ist ja irgendwie schon eine witzige Kiste. Finde ich. Ja, das hoffentlich gibt uns das. Ah, da sind sie. Haha. Voll geholt. Orbitalangriff. Voll in Deckung. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon weg. Ich glaube jetzt... Mal gucken. Ja, da sehen mich welche. Und da sind sie. Glück, 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 Glück. Ja, das hat mir zu viel gegeben. Ja, wir sind fast down. Ganz, ganz eng im Moment. Aber... Auf den AT-ST habe ich eigentlich keine Lust. LVP. Ja, egal. Ja, können wir da nichts mehr ändern. Nein, 15 Kills ist aber immerhin im Moment der Platz 1. Da, 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 da. Da, da. Eine klasse Runde ist das jetzt hier gerade. Schön. Ich rücke mal lieber hier vor. Der T-Stick sieht immer noch so weit ganz in Ordnung aus. Ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann. Ja, doch schon. Vader, glaube ich. Irgendwo. Ja, der war aber gut. Der war gut. Wow. 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 Waffels. Wir haben Vader besiegt. Wir haben die Uplinkstation aktiviert. Down. Down. Hier war einer. Aber er wartet jetzt wahrscheinlich. Ich komme, ja. Oh, down. Down. Schön. So muss das aussehen. Ich wusste gar nicht, dass man ficken kann. Ja, da habe ich dann keine Chance mehr. Die Elf ist immer noch ziemlich OP. Okay. Dü, 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 dü. Wurde die Abflüge. Oh, Mist. Jetzt wird das wahrscheinlich... Jetzt... Nämlich jetzt nach... Ach, komm. Richtige Passi. Er verkammt sich und dann... Aber wie fragt man sich... Wie bin ich jetzt Zweiter? Ich weiß es nicht. Erster ist so extrem schwer, weil es halt immer OP-Leute gibt. Okay, ich habe selber auch ziemlich Glück. Viel Glück in der Runde, auch in der letzten, aber... Alles noch so weit, dass... Wenn man es hat, wenn man es schafft, alle Heldenobjekte in der kompletten Runde für sein Team einzusammeln, dann kann man sich im Grunde den Platz 1 schon geben. Oh, hallo, 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 hallo. Down. Keine Chance, Annäherungsbombe rauswerfen. Bombe ist noch nicht mal hochgegangen. Nicht vielleicht besser passieren sollen. Gerade ist ganz gut. Rakete, wie... Och, komm. Lächerlich, lächerlich sind die heutzutage hier. Lecherlich sind sie. Was anderes kann ich dazu einfach im Moment nicht mehr sagen. Die Ton mal wieder am Rumschein. I don't know why. Ja. Im Moment mache ich ja ziemlich viele Videos, muss man einfach so sagen. Also für meine Verhältnisse. Natürlich gibt es Leute, die immer noch mehr Videos machen, aber... Ich habe jetzt gerade für das Wochenende unglaublich... Also ich glaube sechs Videos oder so, die ich einfach fertig habe. Und die ich dann einfach nur noch bringen muss. Lücke Dice. Fehlt mir im Moment. Der Dice. Oh, ist doch lächerlich. Der Dice ist mir verloren gegangen, beziehungsweise... Er wurde mir aus... Von wem... Was weiß ich... Geklaut. Oder er ist einfach nur weg. Man weiß es nicht. Ist mir aber auch relativ egal. Dann kaufe ich mir einfach einen neuen für... ... wirklich so teuer. Commander Skywalker ist unterwegs zu uns. So. Es neigt sich jetzt dem Ende der Runde zu. Ja, das tun wir. Das tun wir. Ich schreibe mal eben was dran. Die Linkstation ist online. Sehr schön. Mir ist gerade noch was eingefallen. Oh, der... Blut, ja. Komm, der muss eigentlich sitzen. Mann. Der war doch so implodiert. Wir müssen den Uplink reaktivieren. Komm. Ja, mal wieder. Es war auch mal wieder Zeit. Ja. Lächerlich. Okay, ich glaub, dann... Wär ich wahrscheinlich sowieso down gegangen. Aber... Okay. Ihr habt Vader besiegt. Ich bin jetzt gerade doch hochkonzentriert dabei. Wie ihr wahrscheinlich... ...mitbekommt. Oder nicht mitbekommt. Ich weiß auch gar nicht, ob sich genau jemand genau... ...wenn genau jemand. Also, wenn ihr mir jetzt genau diese Stelle seht, das müsst jetzt mal einen Videotest, dann, äh, dann kann er, wenn er, oder es wäre krass, wenn er dann, äh, mich auf irgendwelchen... Also, er kann natürlich einen Kommentar schreiben, oder, äh, schreibt mich auf WhatsApp an, oder er, was weiß ich, auf Instagram oder so, ähm, zum einen Instagram und, ähm, WhatsApp, dann den... WhatsApp habe ich ja gar keinen quasi Account für, ähm, dann da wäre der private Account am krassesten. B-T-Schul ist eins natürlich auf dem, ähm, Account. Heldenobjekt, 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 Heldenobjekt. Ja, und wenn er genau diese Stelle sieht, dann... What? Lack! Und wir nehmen Han, ja, Han ist in den Gang, gut. B-Bang, was ist das denn, bitte für den Spruch? Da hätten sie echt was krasseres reinbauen können. Was tue ich nicht alles für die? Auf jeden Fall, wenn, wie man genau diese Stelle sieht, bitte Helden. Schnellfeuer. Schnellfeuer, das kann was. Ach komm, der ist doch down. Oh, Mist. Scheiß Geschütz stellt er da noch hin. Gib, zock mir Leben. Was hab ich kommen sehen? Ja, schön. So macht man das. Na, genau. Ich hab die Wanken. Ach, Sch... Passi, aber richtig. Ach, Mann. Das ist der wieder, 300-prozentig ist er das. Ist mir jetzt aber auch zu blöd. Glückstreffer macht Han nicht. Hallo? Dieser Gang ist verwirrend. Ich war hier noch nicht. Was ist der Sinn, dieses Gang ist? Wie gesagt, auf offenen Feld ist Luke definitiv die bessere Variante. In den Gängen, weiß ich nicht. Vielleicht Han, vielleicht nicht. Ja, stimmt. Das ist der doch wieder 300. Ja, das ist wieder der Typ. Boah, wie der mich aufregt. Wie das mich gerade aufregt. Extrem. Ah, ein 17-Hab. Also, das... Wenn der Typ mich da echt wegholt, ne? Dann würde mich das richtig aufregen. Ne, ist noch nicht mal down. Und Flo, dann. Ich weiß nicht. Die D-44 ist nicht so richtig, was für Walker es holt. Das liegt mal heiß. Gib mir doch die verdammten Kills. So, ich bin da... Ja, er holt mich echt weg. Ach, das war der doch nicht. Na, ist auch gut so. Das wäre auch echt Lack gewesen. Na gut. So, es scheint sich dem Ende definitiv zuzuneigen, wie ich das sehe. Ja, ist gut. Na, super. Irgendwie fühle ich mich... Klasse, ich sehe aber gar nichts. Ich latsche vor und gehe... Latsche 300... Ach. Och, komm. Ey, der hat aber auch Lack. Komm, ich latsche lang. Und genau in dem Moment kommt er... ...und holt mich. Genau in dem Moment kommt er... ...und holt mich. Okay. Komm. Och, wirklich. Das hat noch nicht mal jemand weg... Och, komm. Es ist jetzt mittlerweile auch wieder lächerlich geworden hier. Ganz ehrlich, ich hab jetzt auch Pech. Okay, auch wenn ich extrem Glück hatte in der Runde, ich will mich jetzt hier lieber nicht beschweren. Oh, jetzt stellt er da seinen Scheiß-Geschütz hin, na? Und da campen sie Leute hier rum ohne Ende. 24 Kills hat der Heide. Natürlich eigentlich schon so gut. Gut, ja. Ja, werden wir. Sehr schön. Jetzt noch der andere. Zerstört den Kampfläufer. Wir haben es fast geschafft. Ja, hab ich keine Chance mehr. Rad mehr. Cut. Der ist. 23 Kills. 31 sind auf 2. Und so muss das hoffentlich auch enden. Blasterkanone. Weg, 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 weg. Schön. Das ist jetzt mal verdient. AT-AT zerstört. Ich find diese Blasterkanone echt absolut sinnlos. Okay, sehr schön. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Star Wars Battle on the Front. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein Abonnement wär krass. Daumen, Däumchen nach oben wär ein Träumchen. Waffles, der war in der letzten Folge auch dabei. Und ich sage noch zum dritten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront. Bis dann, Leute. Ciao. . Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch in